Hallo, grüß euch. Ich bin der Didi, bin 60 Jahre alt, lange Zeit obdachlos gewesen in Wien und auf diesem Wege möchte ich euch mit ein paar Videos Plätze der Obdachlosigkeit zeigen. Wie verbringen Obdachlose ihre Tage, wo schlafen sie und wie vertreiben sie sich auch ihre Zeit? Hallo, ich bin die Susi, ich bin Sozialarbeiterin bei der Caritas schon seit vielen Jahren, mache seit vielen Jahren auch Streetwork und habe so in Didi kennengelernt, wie er noch auf der Straße war und bin sehr stolz, dass er den Weg raus geschafft hat und freue mich auf euch. Und wir hoffen, dass ihr dranbleibt an dieser Serie, weil sie wird sehr spannend und sehr interessant für euch sein. Und wir hoffen, dass ihr da seid, wenn ihr da seid, wenn ihr da seid, seid ihr da seid, seid ihr da seid.